funke bengalfeuer mix da haben wir jetzt alle fünf bengalfeuer ich weiß gar nicht wie viele da drin sind ich glaube auch hier wenn die fünf abbilden und packen die zwei rein richtig ja hier funke china brand funke premium line muss man die bei ea muss man die restlichen mit dem addon dazu kaufen genau ja 100 gramm nehmen die packung 100 gramm das ist doch schon fast ja die sind kann ich glaube wird genau für bengala artikel ist nämlich eine höheren nam in kat 1 erlaubt ach guck mal hier die sind ja wie die geysire quasi ja womit fangen wir denn an hier total geile geiles design packung der designer von funke macht wirklich gute arbeit cooler typ so hier bengalfeuer grün so funke premium line das war nicht so geplant stellen wir doch lieber auf dem boden dann gleich mal schauen dass wir hier nichts anbrennen da unten ich glaube dafür ist es zu nass die sind echt schön das ist äh ich hab den eindruck dass es besser ist als beim äh bei den gasieren aber das natürlich nicht boah oh ja da haben wir zu machen das hat sich so weiter so kleiner zwischenfall ne der feuerwehr war auch da sek sek ja ja sozusagen wir machen grün hatten wir eben da haben wir gelb roh das ist gelb das gelb dann machen wir rot lila blau also erst jetzt gelb ja würde ich sagen und du meinst stellen wir besser mal auf den boden ja das war also das war echt nicht nee nicht geil nee nee so da hat es hier einen rand oder was ja hier so ja und go go ja also bengalfeuer gelb nach diversen zwischenfällen ne yes sek schon das zweite mal hier ja sehr schön das ist jetzt gelb ne ja ja wow und bei diesem stoß hat das sich eben halt darunter gedinkst ne ja ja das ist richtig schön das ist auch eine richtig schöne hohe flamme hohe bengalflamme ne ja ist klar aber es ist viel schöner wie bei den gasieren ja ja ist logisch ja ja hätten wir mal zum vergleich welche mitnehmen stimmt aber das ist echt schön auch die brenndauer ist schön finde ich ja auf jeden fall ist echt toll wir haben in der nacht so ein schönes lagerfeuer noch ne ja dann kannst du jetzt hier kannst du deine wurst drauf richtig oder eine krippe anmachen ne kannst du jetzt hier schön kannst ja auf jeden fall so was meintest du machen wir jetzt äh rot oder alles gut rot 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 können wir mal gucken hier ich kann ja kein mathe ne also können wir achso doch 5 stück 100 gramm 20 gramm nehmen pro gerät jo für pro der gerät ne ja rot mathe 15 punkte easy ja sicher also sicher so ah ja da wo ist denn die da 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 bei kalbe wow den hat es auch hingelegt aber hier ist es ja egal ja so ist ja egal es ist hier auch trotzdem ja das müssen wir mal kritisieren bei malche vielleicht so einen kleinen standfuß unten dran machen oder so das wäre echt gut so wie bei den geysir c stimmt ja das ist echt ein bisschen schade wow kann man echt nicht direkt reingucken ist wirklich hell aber wirklich schön ja oh geht mal weiter hier finale 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 der macht finale wie wir weißt du ja im finale geht es immer noch eine halbe stunde weiter genau so es ist wirklich also funke nochmal lila lila ich stelle die mal vielleicht ein bisschen dazwischen weißt du so wie bei einer batze weißt du nicht ja stimmt das ist eine gute idee wenn er es mal aufhören würde zu brennen so ja professionell ja so habe ich das gelernt im prof naja und wusch bräuchst du denn wahr hey aber schön ja ist schön auch im liegen ne ja immer schön im liegen kannst du sie kriegen du kriegst es ist echt schön weißt halt nummer 5 aus dem puff ne ja die rauchentwicklung ist extrem ja also wenn das die doh sieht hier dann wird das direkt verboten ja schon ah der ist aber direkt ausgegangen da siehst du jetzt baue ich ihn halt hier ne hmm baue ich ihn von vier seiten zu kriegst es wenn er dann noch umfällt dann weiß ich auch nicht mehr weiter ja dann so jetzt haben wir blau ja schönste zum schluss natürlich dann improvisieren wir halt einen Standfuß dafür musst du studiert haben richtig oh das ist heiß es hat frisch abgebranntes Feuerwerk so an sich echt jetzt ja klingt bekloppt ich weiß aber das ist aber selten oder ja auf der straße ist es auch schön ausfindig so wir haben da Silvester ne es ist gerade ein wir haben gar nicht mehr komm später Silvester genau boah so muss das aussehen boah das ist halt schon echt hart geil ne das ist eigentlich jetzt die flamme wie beim geysir c blau ja von crackling 20 Gramm N.O.M. 20 Gramm N.O.M. oh das ist echt oh funke toll boah auch die Brenndauer das ist richtig toll definitiv mit mit sowie ein